Ahoy und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Roblox! Der Gorilla ist unleashed! Er wurde freigelassen und das Monster ist jetzt unterwegs und es ist genau hinter mir. Nein! Mach das, dass er weg geht! Flo und Topf sind mit dabei, aber der Gorilla ist halt genau hinter mir! Nein, Topf hilft mir! Rette mich bitte! Wieso ist denn der direkt hinter uns? Ja, Leute, wir spielen heute Roblox, wir werden aber vom Gorilla verfolgt und wir müssen jetzt irgendwie überleben. Da ist schon jemand, der hat unten eine Falle aufgestellt, ist der Gorilla draußen. Ich sehe ihn, er ist draußen. Aber hier ist eine Bärnfalle! Die geht nicht! Die Falle geht nicht? Nein, der wird langsamer, wenn er durch eine Falle geht. Nein, der wird aufgehalten. Er kriegt dann sozusagen so ein Ding. Finde die Schlüssel, finde die Schlüssel. Okay, wir müssen die Schlüssel finden, um zu escapen. Leute, der Gorilla ist hinter uns her. Sein Ziel ist es, uns alle zu fressen. Wenn wir allerdings rechtzeitig die Schlüssel finden... Ich habe einen! Einen hat... Zwei sind schon gefunden. Ich habe auch einen! Ich habe einen dritten! Hier ist der dritte. Okay, nice. Den haben wir auch. Wir brauchen nur noch einen Schlüssel. Wenn wir einen Schlüssel finden, haben wir es geschafft. Wo ist der letzte Schlüssel? Okay, Leute. Ganz schnell, wir müssen den Schlüssel finden. Da ist der Gorilla. Oh Gott. Warte, er steht an der Tür rum. Ich glaube, er will jeden töten, der in die Tür kommt, oder? Nee, haal. Warte, kann ich ihn wegloppen? Nee, da läuft einfach nur umher und schlägt die Leute. Kann ich ihn wegloppen? Hallo, Gorilla. Wo ist der letzte Schlüssel? Hallo! Hallo! Was ist los mit dem? Ah, okay, er ist wieder da. Hä? Der ist richtig komisch. Warte, da ist noch einer. Hier sind zwei Gorillas. Okay, warte. Der Schlüssel ist bestimmt im Park, der letzte. Das spüre ich. Wo habt ihr eure Schlüssel gefunden? Da ist er. Es waren drei in einem Haus. Ich habe ihn. Hier ist der letzte Schlüssel. Der Ausgang wurde freigeschaltet. Das heißt, wir können jetzt rausgehen, Tom, wenn wir das schaffen. Ja, wir kriegen das hin. Ich glaube, wir müssen hier durch. Ah, schade. Hier schnell. In zweiter. Zwei Ausgänge gibt es. Da ist der Gorilla. Mach's gut, Kollege. Wir sind frei. Ich bin Gorilla. Jetzt müssen wir einfach überleben. Ich bin Gorilla. Ach, einfach überleben. Warte, du topst das Gorilla? Ich bin Gorilla. Oh nein. Oh nein. Warte, was heißt einfach überleben? Das heißt, es gibt keine Schlüssel. Oder es gibt keine... Ich habe erst mal drei Minuten dreißig. Okay, der Gorilla ist frei. Topst ist... Topst, der Gorilla wurde... Da ist er. Okay, ich sehe ihn. Topst, lass den Arm jungen Ruhe. Tom. Er steht hinter dem Zaun. Okay. Okay, weißt du, dann suche ich mir jetzt einfach einen aus. Ah, nein. Hallo, Easy. Nein, 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 Moment. Topst, bitte lass uns verhandeln. Bitte lass uns... Ey, der hat mich betäubt. Ja, er wurde betäubt. Wo ist er? Wo ist er? Ich weiß es nicht. Guck mal runter. Wo ist er denn? Drinnen oder draußen irgendwo? Er ist er, siehst du mich hinter dir? Ah, da. Oh nein, du hast gerade einen zu Boden gesmasht. Der Arme. Oh, hier ist eine Falle. Warte, kann ich auch eine Falle haben? Ich komme zu mir. Oh, oh. Wo bist du, Flo? Hinter dir, auf der Mülltonne. Ich mache hier einfach eine Falle hin. Ich habe eine Falle entgelegt von mir und Topst. Und Topst ist in die Falle gelaufen, oder? Ja. Alle Top. Okay, okay. Frieden. Frieden. Okay, okay. Topst, komm. Du warst bei der Mülltonne, Flo? Ja, ja, ja. Warum schläfst du denn an den Mülltonnen? Weil du hier drüber kannst. Ach so, alles klar. Ich will Topst ärgern. Oh Gott. Finde die Schlüssel. Okay, wir müssen wieder die Schlüssel finden, Leute. Ich habe das lieber zu für die Gegenwo. Ich glaube, das ist nicht mal so zu mir. Der ist wieder an der gleichen Stelle wie vorher. Nee, hier war vorher einer. Okay. Oh Gott, Topst ist da. Hallo, Flo. Oh mein Gott. Ich bin hier ganz gut versteckt, glaube ich. Komm, komm, komm. Alles cool. Und ich bin auf dem Haus. So, wir gehen ins andere Haus. Ach, Topst ist wieder auf der Straße. Kannst du mich sprinten oder so? Kann ich leider nicht. Hier rein. So, Moment mal. Ist hier noch ein Schlüssel? Ja, hier ist wieder ein Schlüssel. Den brauchen wir noch. Die Ausgänge sind entschlüsselt. Äh, warte mal. Oh nein, da ist Topst am Ausgang. Okay. Äh. Komm ich da? Oh nein. Der dachte, er kommt raus. Oh nein, du kannst ja sogar die Zäune zerstören. Ja. Wie komme ich denn jetzt da raus? Warte mal, ich muss einen anderen Weg finden. Gibt es noch einen anderen Ausgang? Ah. Oh oh. Flo, lenk ihn ab. So bist du. Ich bin hier. Ja, ich bin hier. Ich bin hier. Siehst du nicht? Ich bin da. Dann gehen wir zum anderen Ausgang. Ah, hier ist ein anderer Ausgang. Mach's gut, Jobs. Merkro. Ah, nein. Er habe ich bekommen. Nein. Komm her. Und wir sind wieder frei. In Faction spielen wir dieses Mal wieder. Das heißt, ein Gorilla kann alle anderen infizieren. Es geht wieder los. Und du kannst das machen? Ist einer von euch Gorilla? Ne, ihr seid beide. Ihr seid beide. Okay, alles klar. Ich habe jetzt ein Upgrade geholt. Wir können jetzt zwei Fallen platzieren. Soll ich die gleich am Anfang? Okay, der Gorilla wurde freigelassen. Da ist er. Hier, warte, warte, warte. Ich habe im Haus gemacht. Falle. Yes. Wir haben ihn. Nice. Hier beim Haus sind mehrere Fallen. Das ist richtig gut. Das heißt, er kann hier nicht so einfach reinkommen. Ist er noch unten? Ne, ich bin beim anderen Haus. Du bist beim anderen Haus. Aber wo ist der Gorilla? Der Gorilla ist relativ angeflogen. Er kommt nicht rein. Er kommt nicht rein. Warte, du musst hinten. Hä? Das wird unser Safehaus. Hier mache ich hinten auch nochmal eine Falle hin. Das heißt, er kommt da nicht durch. Wo ist er jetzt? Er ist dahin. Okay, nice. Oh nein. Und er ist wieder ausgerutscht. Oh, der Arme. Isi, pass auf, die sind mit dir. Der ist relativ schnell. Finde den Schlüssel. Okay, Leute, Schlüssel. Wir müssen den Schlüssel wieder finden. Einer wurde schon gefunden. Ich gehe mal nach oben gucken, ob oben vielleicht ein Schlüssel ist. Ah, leider. Hab einen? Hier ist auch keiner. Wen hast du? Hast du einen Schlüssel? Ja, er war natürlich kein Platz. Er hat einen, also. Hier ist leider keiner. Er hat einen Platz. Okay, hier ist kein Schlüssel. Da liegt der Gorilla bei uns. Oh Gott, Hilfe. Hier raus. Oh, 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 oh. Okay, er ist nicht reingegangen. Wir müssen den letzten Schlüssel wieder. Wo ist er? Ich weiß es nicht. Der Gorilla, der ist in einem Haus gewesen. Ich weiß aber nicht wo er ist. Der letzte Schlüssel auf dem Dach. Der letzte ist auf dem Dach? Im Ernst? Nee, ich habe ihn. Ja, nice. Und die Ausgabe. Da ist noch einer. Hilfe. Und raus. Uh, dieses Mal ist es Nacht hier in Gorilla Town. Und wir müssen wieder überleben. Fünf Minuten lang. Das wird hart, aber wir kriegen das hin, Leute. Ich habe mir den Spielplatz noch nicht so richtig angeguckt. Ich frage mich, ist einer von euch Gorilla? Nö. Nö. Nein. Der Gorilla wurde unleashed. Okay, er ist frei. Wir können ihn jetzt in freier Wildbahn beobachten. Dort kommt er. Hier sind wir einen wilden Tobias. Wo ist er denn? Nee. Ist der Große da der Gorilla? Wo ist denn der Gorilla? Ach, da ist er. Alles gut bei euch? Ah, das ist bei mir. Pass auf. Der Gorilla. Warte, Tops ist tot. Oh nein. Tops ist schon tot. Okay. Halt, der kann einfach durchlaufen und durchgefallen. Nein, im Ernst? Der macht dich kaputt. Hör auf. Ernsthaft. Oh mein Gott. Okay, Leute. Ah, nee. Sie sagt, er scheint ein Super-Gorilla zu sein. Aber er ist einmal durchgelaufen, oder was? Er hat durch den Zaun aber durchgeraßen. Jaja, das kann der. Ich glaube, der ist ziemlich gut, der Gorilla. Der holt hier die ganze Zeit. Oh mein Gott, der hat richtig viele gerade. Okay, Leute. Wir müssen nicht weg. Gleich kommen die Schlüssel. Gleich kommen die Schlüssel. Wir müssen nur die Schlüssel finden, Leute. Wenn wir die finden, dann sind wir frei und sicher. Er ist halt im Park gerade. Er ist im Park. Wir sollten uns auf jeden Fall nicht rausbegeben aus dem Haus. Wir sind relativ sicher. Kommt die Schlüssel jetzt? Kommt die jetzt? Meinst du? Ja, links sind mit oben. Siehst du es? Nice. Okay, Schlüssel 1 gefunden. Hab den ersten. Der Gorilla ist da. Oh nein. Ich muss weg. Hör mich auch einer. Ich muss weg hier. Okay, Leute. Ich glaube... Die Ausgänge sind frei. Oh mein Gott, das ging ja richtig schnell. Aber pass auf, pass auf. Der kommt. Der ist gerade mittendrin. Ich sehe ihn. Okay, er ist auf der Straße scheinbar. Ah, du bist bei meinem. Ja, ja. Okay, Hinterausgang. Ich glaube, ich bin weg. Warte. Sieht er mich? Nice. Er zieht mich nicht. Und wir kommen wieder frei. Alright, Leute. Ich würde sagen, das war es mit unserem kleinen Gorilla Unleashed Video. Hallo. Tops. Hat es dir gefallen? Okay, Freunde. Das war es. Schaut mir an der beiden vorbei. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen auf 15 Uhr in einem neuen Video. Schaltet da auf jeden Fall wieder ein. Wir sehen uns. Bis dahin. Ich habe noch einen wundervollen Tag. Und hasta la pasta. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.